Hallo Mimi. Hallo. Heute schon jemanden erschreckt? Heute leider noch nicht. Wie hört sich so eine Wildsau eigentlich an? Achtung. Dein Outfit zum Schlafen? Nur Boxershort. Wen bewunderst du? Ich bewundere meinen Bruder, da er es doch geschafft hat, während des Leistungssports sogar zwei Studiengänge abzuschließen und das ist doch nicht so einfach. Nach was bist du süchtig? Nach meiner Familie und Gummibärchen. Android oder iOS? iOS. Wem siehst du ähnlich? Kennt ihr das Dino Baby von die Dinos? Nicht die Mama. Ja, das höre ich immer öfter. Beschreibe dich in drei Worten. Ehrgeizig, ehrlich und Familienmensch. Beschreibe deine Frau in drei Worten. Hübsch, zuverlässig und lustig. Kannst du ein Instrument spielen? Ja. Welches? Gitarre. Wittvervollständige. Meine Hochzeit war? Wunderschön. Moment nochmal. Können wir das nochmal zurück machen? Das beste Handballspiel deines Lebens? In der C-Jugend. 17 Kloppen. Wie viele Minuten braucht dein Frühstücksei? Ich weiß gar nicht. Wie lange ein Frühstücksei braucht? 15? Nein. Ich esse relativ wenig hartgekochte Eier. Wenn, dann Rührei. Dein liebster Ersatzbanknachbar? Marian Orlowski. Dankeschön. Bitteschön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020